Vivian Stärk, 22, hat momentan alle Hände voll zu tun. Die angehende Kauffrau für Büromanagement erlangte durch ihre Teilnahme an der vergangenen Germany's Next Topmodel-Staffel große Bekanntheit. Doch auch privat läuft es bei der Influencerin rund. Anfang August verkündete sie mit einem süßen Posting im Netz, dass sie sich mit ihrem Freund Kerem verlobt hat. Mit Promiflash sprach Vivian nun über ihre Heiratspläne und verriet dabei, sie ist schon total im Hochzeitsstress. Promiflash traf die 22-Jährige am Dienstag auf der Fashion-Show von Kilian Kerner im Rahmen der Berliner Fashion Week. Dabei erzählte sie, dass sie sich momentan schon mitten in der Hochzeitsplanung befindet. Die standesamtliche Trauung findet schon nächstes Jahr statt, gab Vivian Preis und fügte hinzu. Deswegen ist ein bisschen mehr zu tun, als ich gedacht habe. Aber es ist ein schöner Stress, mir macht das richtig Spaß. Doch hat die Beauty aus Prien am Chiemsee auch schon das perfekte Hochzeitskleid für den großen Tag gefunden? Tatsächlich noch nicht. Doch das soll sich schon bald ändern. Die Kleideranprobe steht auch bald an. Ich freue mich richtig darauf, schwärmte Vivian abschließend im Interview. Ich freue mich richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020